Ja, herzlich willkommen zu einer Folge FischkopfTV, hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter Shelter. Und ich hab ein bisschen Angst, denn wir sind nachts unterwegs und wir haben schon ein Dachsjunges verloren. Oh nein, Kevin ist weg. Nicht so schlimm, Kevin war ein Arsch. Kevin war eine hässliche Pottsau, die sich immer wichtig gemacht hat und allen anderen das Essen weggefressen hat. Und das prangern wir an, deswegen sind wir nicht so traurig, dass der Dote ist. So, die anderen wollten wir aber gerne halten. Deswegen, komm mal her hier. Und ich habe das System durchschaut. Und zwar, immer wenn es so knack macht, dann laufen die Kids weg und dann muss man denen hinterherlaufen. Und wenn man bei denen bleibt, dann stirbt hoffentlich keins. So ist meine Theorie. Mal gucken, ob ich richtig liege. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, das weiß keiner. War hier gerade ein Frosch? Ich höre auf jeden Fall ein. Wo ist die Sau, Sack? Da. Aber ich kann ja nicht laufen, verdammt. Das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Wieso kann ich eigentlich nicht laufen? Nur weil es dunkel ist? Das ist doch Quatsch. Oh, oh, jetzt? Ah, okay. Diesmal laufen sie in... In Laufrichtung, das ist gut. Wo ist jetzt? Wo? Hey, wo ist... Nein! Nein! Oh! Boah, das war knapp. Und wo sind die anderen jetzt? Leute! Ach, ich muss mich entscheiden, bei wem ich bleibe oder was? Nee, oh. Okay, das war sehr, 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 sehr unangenehm gerade. Mann, was dieses Spiel mit einem macht. Ein Psychothriller. Auf DAX-Ebene natürlich, ne? Aber immerhin immer noch ein Psychothriller. Oh, 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 oh. Bin ganz mitgenommen. Oh, ein Frosch! Yeah! Hab ihn, hab ihn. Wer möchte? Äh, Brouquet de la Chanson de la Baguette de la Fromage de la Frogue. Was heißt... Was heißt Frosch auf Französisch? Weiß ich gar nicht. Nicht Fromage. Fromage heißt Käse. Äh, was leuchtet da vorne? Was ist das? Was leuchtet da vorne so lustig? Ah, eine Wurzel. Toll. Okay, wer ist schwarz-weiß? Keiner. Die sind jetzt alle so gut genährt. Nee, du nicht. Du bist fett. Oh. Du hier. Komm. Du, komm. Ah, yeah. Okay. Die fette Sau schon wieder. Oh, die Kevin Konkurrenz machen, ne? Leuchtet hier auch noch was? Oder hab ich mir das eingebildet? Nee, da ist noch eine Wurzel. Geil. Okay. Könnt ihr euch mal bitte nochmal... ...wieder so aufstellen wie am Anfang? Nein, könnt ihr offensichtlich nicht. Jetzt schon verlernt. Okay, komm. Komm. Nee, du nicht. Obwohl. Du. Yeah. Ich bin so unglaublich gut in diesem Spiel. Gibt's den Highscore? Also, wenn nicht, dann sollte man einen einführen. Und den sollte man einfach Fischkopp nennen direkt. Und keine anderen Namen auch überhaupt... ...zufügbar machen. Weil, äh... ...wenn da mein Name steht, reicht das. Völlig. Okay. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber ich würde sagen... ...da lang. Guck mal hier, die Planeten werden immer größer. What the fuck? What the fuck? Der hinten leuchtet's wieder? Ich glaub, da ist was zu essen. Und da auch. Okay. Kommen sie. Kommen sie. Sie haben Hunger. Kommen sie. Eigentlich müssen wir auch nicht alles zu essen. Oh. Oh. Shit. Es regnet. Wieso hat das jetzt so plötzlich... ...die Szenerie geändert? Oh. Guck mal. Was für ein reißender Fluss hier. Alter. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht vom Fluss weggezerrt werden. Oh. Wir können wieder laufen. Yay. Oh. Ist das schön. So. Ich erkenne nichts. Kinder. Jetzt bauen sie sich wieder auf hier. Oder was? Guck mal. Jetzt kriegst du was. Weil ich einfach nichts mehr erkennen kann. Ich war so der Fetteste von allen. Ah. Ist nicht so schlimm. Und hier direkt die nächste Wurzel. Ozt. Erze. Werze. Erde. Beere. Guck mal. Jetzt stellen sie sich wieder so hin. Aber ich... Werden die eigentlich groß? Das wäre geil, ne? Wenn die so selber dann jagen gehen. Und so einen Quatsch. Und mir das Essen bringen. Oh. Das wäre geil. Aber ehrlich gesagt finde ich das schon ein bisschen komisch, dass die Mutter eher noch nichts essen muss. Und wieso regnet das eigentlich Blut? Von wegen Fantasy-Violence. Hammer brutal, der Schinken hier. So. Was ist jetzt das tolle Neue an diesem Level? Nur der Regen oder was? Das kann ich mir so nicht vorstellen. Oh. Der reißende Fluss. Und die schöne, entspannte Musik. Brauchst du Essen hier? Nein. Okay, ja. Die Spannung hört gar nicht auf. Oh. Da ist eine Maus oder so. Oh. Wir müssen uns aber verstecken. Sonst sieht die uns und haut ab, ne? Hattest du uns schon gesehen? Lass uns mal hier verstecken, bitte. Guck mal her, Kids. Wo ist das Viech? Da. Okay. Versteckt euch. Shh. Shh. Wow. Bam. Jawoll. Hehehe. So. Ähm. Wer will doch mal? Wer hat noch nicht? Ich erkenne das nicht. Ich erkenne nicht, wer wohlgenährt ist. Wahrscheinlich, weil alle so wohlgenährt sind. Hier, dem du. Okay. Hier hatten wir noch eine Wurzel. Die ballern wir auch noch in so ein Viech hier rein. So. Du. Habe ich einfach mal überlegt. Und weiter geht's. Wo auch immer weiter ist. Ähm. Ich glaube, wir müssen jetzt... Ist das richtig, was ich da glaube? Ich glaube, wir müssen jetzt hier rüber. Nee. Oder doch. Über den reißenden Fluss, wenn er gerade nicht reißt. Okay. Los geht's. Was? Okay. Ja, genau. Okay. Lauf, 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 lauf. Habt ihr es geschafft, Kids? Schnell, schnell. Da kommt noch eine Winde. Oh nein. Oh mein Gott. Wow. Ich glaube, es haben alle überlebt. Aber ich bin dir nicht sicher. Guck mal, da sind jetzt Füchse. Haben die mich gesehen, oder was? Okay, alle vier noch da. Geil. Ich glaube, das ist nicht so wichtig, dass ich jetzt die Füchse da reiße, weil wir haben eigentlich genug Essen, ne? Kinder, komm mal her. Guck mal, ihr seht alle voll noch gut aus und alles. Dann stellen sie sich auch wieder auf. Das finde ich sehr gut. Oh, die strenge Erna. Deswegen gezeigt. So, wo geht's lang? Die Füchse werde ich einfach mal gepflegt ignorieren. Ich weiß gar nicht, warum so ein Fuchs jetzt Angst vor dem Dachs hat. Ich dachte immer, Füchse sind die härteren Dechsel. Dachse. Dechsen. Dachsi. Ich dachte, ich kriege ihn. Wow. Yeah. Oh, ich dachte, ja. Ja. Habe ich ihn? Habe ich ihn? Jetzt können alle davon fressen, oder was? Geil. Das wusste ich ja gar nicht. Cool. Ich bin so ein harter Jäger, ne? So ein harter Jägertyp. So, wer will? Ihr habt doch alle schon. Beilage. Beilage, es gibt Beilage. So eine Art Wurst, nur anders. Wurstbeilage. Ich hätte gerne 5 Kilo Hack Bolognese. So eine Art Tautologie, ne? Oder? Ist das eine Tautologie? Hack Bolognese? Ne, gerne Hack mit Bolognese. So, Wurst. Hier. Frisch gepflückte Wurst aus dem Muttersgarten. Wer hat sie nicht lieb? Mit einer kleinen Prise Senfsalat. So ein Quatsch. Salat wird ja nicht in Prisen serviert. Warte mal, hier ist eine Höhle. Was ist da drin? Wow. Das wurde auf einmal sehr eng. Okay. Hier hätten wir einmal nur abkürzen können, Kinder. Wir gehen wieder zurück. Okay. Wir sind jetzt hier oben. Bringt uns das irgendwas? Da hinten kommt schon wieder der Fluss. Da springen die Lachse hoch. Ja, hier springen Lachse den Fluss entgegen hoch. Wie geil ist das denn? Okay, Moment. Man kann ja nicht abspeichern oder so. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt beobachten. Was passiert? Die Fälle kommt da lang. Gerauscht. Macht uns gar nichts. Die rauscht nämlich unter uns weiter. Ich glaube, wir können hier so einen Fisch angeln. Können wir das? Erstmal gucken, ob wir jetzt hier mitgerissen werden. Geil. Okay, lass uns einfach mal weiterlaufen. Das Spiel wird uns schon erklären, wann wir so einen Fisch fangen können. Sollt ihr alle da? Sehr gut. Zur Belohnung gibt es eine Erdbeere. Wer möchte? Hier, Sarah. Für dich. Sarah, nimm. Und halt die Schnauze. So. Dieser Blubregen geht mir langsam auf den Zeiger. Ich bin auch ein bisschen zu brutal. So. Nee, du bist schon fett. Krieg ich den Apfel zurück? Yeah. Okay, herkommen. Alle herkommen. Herkommen, habe ich gesagt. So. Wer sieht hier am schwächsten aus? Ähm, du. Okay. Oh, da geht's. Hier müssen wir wieder durch, ne? Oh, shit. Ich hab Angst davor. Ich hab Angst davor. Da kommt eine Welle. Da kommt eine Welle. Vorsicht. Vorsicht, Kinder, Vorsicht. Bleib zurück. Bleib zurück. Bleib zurück. Okay. Und durch. 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 Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Guck, 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 guck. Komm hier. Komm hier. Nein, guck mal da hinten. Da rennt einer. Ganz alleine. Und da kommt die Welle. Und... Pff. Oh. Das war knapp. Das war so richtig knapp. Hans-Joachim, das machst du nicht nochmal. Wenn ich sage laufen, dann läufst du bitte. Unglaublich. Unglaublich. Die Kids von heute, ne? Oh, oh. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Wo? Hallo? Ah, ihr wollt... Ihr wollt die Wurzel haben. Sagt das doch. Okay. Du siehst relativ mitgenommen aus. Ihr wollt doch nicht, dass ich jetzt hier hochlaufe, Leute. Das ist doch nicht euer Ernst. Wo muss ich denn... Das schaffe ich doch niemals. Okay. Ich hab... Ich wüsste nicht, wo wir sonst hin sollen. Und jetzt werden wir sterben. Jetzt werden wir sterben. Jetzt werden wir sterben. Aber hier können wir gar nicht hin. Nein. Kinder? Lebt ihr noch? Ja, sie leben noch. Sie leben noch. Wir können weiter. Wir können weiter. Schnell. Schnell, Kinder. Nein. Nein, jetzt sieht es aus. Es sieht schlecht aus. Kommt hier her. Kommt hier her. Eins ist tot. Nein. Hans-Joachim, Joachim ist weg. Scheiße. Kommt jetzt noch eine Welle? Oh nein. Wir werden sich alle sehr vermissen. Habt ihr das gehört, wenn es geklatscht hat? Psst. Kommt jetzt keine Welle mehr, oder was? Kommt jetzt keine Welle mehr? Wieso denn nicht? Okay. Jetzt laufen wir los auf die Welle. Okay, lasst uns mal hier in Deckung gehen. Oh nein. Hans-Joachim, Nina. Okay, du wirst, du wirst in unseren Herzen weiterleben. Ähm, hallo? Jetzt kommt keine Welle mehr. Krass. Okay, dieses Spiel ist echt komisch. Sehr, sehr eigenartig. Habt ihr Hunger? Auf den Schreck, ne? Könnt ihr aber mal was schnabulieren, ne? Ich höre irgendwie Vögel. Kann das sein? Okay, hier ist noch ne Wurzel. Ne Wurstwurzel. Jetzt für dich. Und wohin müssen wir? Ich höre Vögel, Leute. Da ist deine Wurzel. Was machen denn die Vogelgeräusche? Keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Komm her. Komm her, Sarah. Komm. Ich glaube, hier müssen wir nicht langen. Deswegen laufe ich da mal hin. Das ist zu hoch vor den Dachs. Da kann er nicht runterspringen. Ähm, das heißt, wir laufen jetzt mal da hoch. Und hoffen einfach mal. Oh Gott, ey. Wir sind nur noch zu viert. Insgesamt. Nein. Wir müssen doch nicht fadern. Das würde mich morgen interessieren, ne? Was ist das hier? Ein Stumpi? Und ich höre hier doch irgendwo Vögel. Oder nicht? Scheint nicht. Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Spiel, sag was. Hier. Ah, ich habe die Vögel gesehen. Kommt ihr? Sind wir alle da? Nur mal durchzählen. Da fehlt doch einer. Oh, da. Okay. Du siehst auch nicht mal so gesund aus, Freundchen. Du solltest mal was essen. Ah. Wie ist der Zufall so will, nicht wahr? Da. Der hier. Der macht langsam nicht mehr mit. Ist mal was. So. Aber wir bewegen uns im Kreis, Freunde. Es geht so nicht. Es geht so nicht. Was müssen wir tun. Ich weiß es nicht. Was ein Spiel, ey. Action pur. Ich halte es gar nicht mehr aus. Hier waren wir schon. So, ich glaube, wir müssen da irgendwie runter. Aber ich weiß noch nicht wie. Nicht rumschreien. Ist ja gut. Es sind nur ein paar Vögel. Wir brauchen keine Angst haben. Gehen wir jetzt auch nicht lang? Können wir hier lang? Ach, shit. Okay, hier kommen wir her, ne? Hier sind wir gerade hochgelaufen. Und haben uns gewundert, dass keine Wellen mehr kommen. Das Spiel hasst mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sollen wir hier lang, oder was? Ah, okay. Okay. Du sorgst, ich mache. Ähm. Irgendwas von Waldbränden gelesen. Okay, jetzt warten wir mal kurz ab. Kommt hier eine Welle. Sieht nicht so aus, ne? Kommt dann mal los. Und ihr? Oh Mann, ey. Ist das gefährlich hier? Eine Erdbeerewurf. Wer will? Du. Hier. Hast du? Jawoll. Jetzt bin ich wieder desorientiert. Wir kamen von hier. Wir konnten jetzt nach da oder nach oben. Ich glaube, wir wollen da lang. Aber wir sind hier hoch. Und ich glaube nicht, dass das die Kleinen überleben werden. Ich bin da ganz, ganz schlechter Dinge. Oh fuck. Und so eine Wurzel. Ah, jetzt ist es wieder weiß. Bo 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 bo. Okay. Okay. What is up? Wurst. Komm her. Zack. Ist das jetzt das Waldbrand-Szenario, von dem ich gesprochen habe? Oh, ne Maus! Ähm. Du. Nimm. Ja. Nimm und halt die Schnauze. Gib nicht noch an mit deiner Scheißmaus. Ist ja nicht so, als wenn du dich selber gefangen hättest, du Arsch. Willst du Kevin 2 werden, oder wie? Geh mir nicht auf den Sack. So. Wer hat jetzt noch ein Necht? Du hier, ne? Oder? Warst du am besten genährt? Weiß ich doch nicht. Okay, wo geht's weiter? Hier. Da ist der Waldbrand. Da ist der Waldbrand. Oh nein. Oh nein. Da müssen wir lang. Hier nicht. Wow. Wow. Das hat aber schnell Feuer gefangen. Da ist aber noch Wurst. Entschuldige bitte, aber ich muss hier mal ein bisschen die Gemüsewurst nehmen. Die ist für dich. Und hier haben wir noch ein Stück frisch vom Grill für dich. Und dann müssen wir uns aber auch ein bisschen beeilen, Freunde. Ja? Also Mama geht jetzt. Mama geht jetzt. Hier, nimm doch mal jetzt jemand. Meine Fresse. Der war sehr gut genährt, glaube ich. Nimm aber, weiß egal. Wo kommt ihr bitte? Ich glaube, in die... Wow. Okay. Ich glaube, in die Büsche sollte man nicht gehen. Hier ist noch mal ein bisschen Wurst. Für... Äh. Okay. Für dich. Und jetzt passt bitte auf hier mit dem Feuer. Bitte passt auf mit dem Feuer. Ne? Sonst gehen wir wieder zu so einem Feuerwehrworkshop, wo die Feuerwehrmann dann mal total sauer werden. Und sagen, naja, Kinder, ihr müsst echt aufpassen und nicht mit Feuer spielen und allen ganzen Quatsch. Das ist natürlich total sinnbar. Ihr solltet nicht mit Feuer spielen. Aber ich gehe davon eigentlich aus, dass man schlau genug ist. Oh, guck mal, der ist ins Feuer gelaufen und der brennt jetzt. Okay, hier sind wir gerade auf sehr gefährlichem Fuß. Leben wir da gerade in diesem Busch. Kommen Sie bitte. Kommen Sie. L3 da. Oh nein. Oh fuck. Oh, Vogel. Das ist die richtige Mischung, ne? Das ist jetzt die fucking richtige Mischung. Und jetzt fallen hier Äste natürlich überall rein. Und dann brennt der shit. Wo ist der Vogel? Wo ist der Vogel? Wo muss ich überhaupt hin? Sind wir noch alle da? Nein. Einer von uns wurde gefressen. Von dem Vogel oder was? Oh nein. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Kinder kommt. Oh nein. Da hat sich auch jemand geopfert für die Gruppe. Das ist belastend. Das ist so sehr belastend. Ist der Vogel jetzt weg? Nur weil ich ihn nicht aufgepasst habe. Oh shit. Kommt ihr? Oh, ich habe so Angst. Ich habe Angst, dass wir gleich sterben. Alle. Gemeinsam. Der gute Hans-Joachim. Jetzt haben wir nur noch Sarah und da ist ein Schmarrt. Vorsicht. Na gut, muss man halt weniger Essen finden und so, ne? Aber schön ist trotzdem anders. Oh.